Warum dieses Projekt, lebenswerte Sulten, die Winterschule, das alles gestartet wurde, das war die Ursache, war die Wolle, wo mir die Schafbauern auf dem Markt gesagt haben, das Fleisch können wir ganz gut, die Lämmer verkaufen wir ganz gut, was macht es mit der Wolle, sage ich, die schmeißen wir im Müll, die will kein Mensch mehr. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist jetzt 24 Jahre her, etwas stimmt in unserer Denkweise nicht mehr. Man sagt, die Wolle macht die halbe Hausapotheke aus, das schmeißen wir im Müll und das teure synthetische Glum kaufen wir. Wir sammeln jetzt zweimal im Jahr die Wolle, haben eine Sozialgenossenschaft, lebenswertes Sulten gegründet und wo dann auch das bergauf entstanden ist, wo wir jetzt versuchen, wirklich von der Kleidung über Matratzen, Vorhänge, Teppiche, natürlich die Wollbäder auch zu machen und so weiter. Also einfach diese ganzheitliche Nutzung der Wolle, wo man natürlich auch Natur färben und was auch vielleicht interessant ist, dass wir hier einen Teil auch Menschen beschäftigen mit Beeinträchtigungen, aber auch Frauen zum Beispiel, die bis jetzt arbeitslos waren und somit auch hier eine Arbeit gefunden haben vor Ort. Schön. Und so tut die Martine, sie ist sehr kreativ. Sie macht ja die Matratzen auch und dann tut sie immer diese ganzen Rechte verwenden. Die Teppiche und Teppiche. Das ist alles Abfallmaterial und Handführungszeichen. Und dann wird mit einem Wollfilz, der ist nass gefilzt, sehr stabil, wird die Matratze überzogen und mit der Hand angenäht. Damit man durchkommt, die Matratzen sind 14, 15 bis 18 Zentimeter hoch, haben wir so lange Nadeln, das sind jetzt ganz alte Nadeln, habe ich vererbt bekommen von meinem Schwiegervater und von meinem Matratzenmeister. Der ist ein 77-jähriger alter Mann, ein Tapezierer und Sattler und der hat mir gelernt, wie man die Matratzen macht. Also der hat es mir beigebracht und diese Nadeln hat er mir noch gegeben, weil ich eigentlich im normalen Handel keine mehr bekommen. Die sind sehr lang, haben zwei Spitzen, damit ich runterfahren kann und gleichzeitig wieder rauf. Musik 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 Sobald die Maschinen standen, war ich dabei beim Einlernen, wenn die Herren gekommen sind und haben uns gezeigt. Und deswegen, eigentlich bin ich bei den Maschinen zuständig. Und wir haben sehen, durch die Erfahrung lernt man wieder die Fehler und man sieht wieder Fehler. Aber ja, es ist wirklich eine schöne Arbeit, muss ich schon sagen. Die Wolle ist, es ist auch wie man drauf ist. Die Wolle ist ein Leben, das sieht man, weil es arbeitet. Und wenn es anfängt, dass die Maschine nicht mehr gut geht, dass irgendwas ist und man wird dann so aggressiv dabei, dann geht gar nichts mehr. Man muss ruhig sein und ja, die Wolle ist einfach so. Musik Und so haben wir jetzt zweieinhalb Jahre, seit wir diese Genossenschaft haben, wirklich sehr schwer gearbeitet. Wir haben natürlich tausende von gratis Stunden investiert, um dieses schwere Projekt aufzubauen. Wir mussten Maschinen kaufen, wir konnten nur alte Maschinen kaufen, die neuen wären viel zu teuer gewesen. Da mussten wir sehr viel investieren, wo man noch, ich auch mein persönlich erspartes Geld von meinen Vorträgen und Seminaren, habe ich alles da hinein spendiert, einfach um dieses Projekt noch aufzubauen. Ja, die Vision von diesem Projekt der Sozialgenossenschaft, also Bergauf, hat vor allem viele Hintergründe. Sehr umweltfreundlich, die Wolle zu nutzen, anstatt sie auf den Müll zu schmeißen. Zweitens der hohe Gesundheitswert der Wolle. Wir können den Menschen da alles Produkte liefern, wo wir hundertprozentig dahinter stehen können. Dann der kulturelle Aspekt. Ulten hat eine alte Wollkultur, wurde schon ganz lange bei uns immer verarbeitet und verwertet. Es ist auch der soziale Aspekt, die Leute mit Beeinträchtigung, Frauen, die hier eine Beschäftigung haben. Und vor allem wieder einfach diese Liebe für dieses wunderbare Naturprodukt und für diesen wertvollen Rohstoff wieder zu vermitteln. Untertitelung des ZDF, 2020 – ... ...